Also ich glaube, grundsätzlich ist man da schon natürlich als Persönlichkeit auch rangewachsen, weil viele Dinge neu sind, die vorher nicht so waren. Beispiel, ich laufe jetzt durch Berlin und das konnte ich vorher einfach so und konnte gefühlt machen, was ich wollte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also da wird man schon das eine oder andere Mal mehr angesprochen und du bist doch. Und ja, und da habe ich ein Foto. Ist tatsächlich nicht immer einfach. Also ist auf der einen Seite natürlich eine wahnsinnige Wertschätzung und auch Anerkennung. Und wir sind ja auch froh darüber, dass wir dann jetzt in dem Fall auch gesehen werden. Dadurch, dass man das einfach nicht so kannte und von jetzt auf gleich sich so extrem verändert hat und gewandelt hat, ist es dann natürlich auch manchmal ein bisschen, ich nenne es mal nervig. Weil du das Gefühl hast, dein Privatleben, blöd gesagt, nicht mehr ausleben zu können in dem Sinne. Da muss man sich einfach so ein bisschen mit abfinden beziehungsweise es einfach lernen, auch damit umzugehen. Und das habe ich aber, glaube ich, recht gut hingekriegt. Bin da schon immer noch weiterhin normal unterwegs, wie sonst auch. Aber klar ist es manchmal auch so, dass wenn man jetzt mal irgendwie unterwegs ist, in einem Musical sitzt und man da eher nicht Richtung Musicalbühne fotografiert wird, sondern in deine Richtung, dann ist das manchmal schon ein bisschen komisch.